Guten Tag, werte Gäste der Mersomanga, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Episode von Weekly Mersomanga, dem Format, in dem ich euch Dinge vorstelle, die auf Mersomanga schon mal irgendwie geuploadet wurde und ihr einfach übersehen habt, frecherweise, und deswegen möchte ich euch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Podcast oder Video nochmal nachholen könnt. So, und bevor wir damit anfangen, will ich erstmal vielen Dank an euch sagen, denn durch euch da draußen habe ich Post bekommen, und zwar von YouTube. YouTube hat geschrieben, hallo Mersomanga, dein Kanal Mersomanga hat über 1000 Abonnenten, das ist schon ein bisschen länger her, und in den letzten zwölf Monaten, und das ist das Wichtige, eine Wiedergabezeit von mehr als 4000 Stunden für öffentliche Videos erreicht. Damit sind die Voraussetzungen für die Teilnahme am YouTube-Partnerprogramm erfüllt. Mit dem Kanal werden momentan noch keine Einnahmen erzielt, für die Leute, die es vielleicht eventuell immer noch nicht geglaubt haben, seit über 10 Jahren mittlerweile, oder? Wie lange sind wir schon? Ne, es ist zu lang. Im Bereich Monetarisierung in YouTube-Studio erfährst du, wie du das ändern kannst. Wenn du die Nutzungsbedingungen schon akzeptiert und AdSense eingerichtet hast, musst du nichts weiter tun. Viele Grüße, das YouTube-Team. Grüße zurück, vielen, vielen Dank für dieses Angebot. Ich lehne aber nach wie vor ab, denn erstens habe ich keine Lust auf dämliche Thumbnails, zum anderen habe ich aber auch absolut keine Lust generell. Ich möchte nach wie vor mein Ding machen. Ich meine, das ist so freudig, dass ich mich anspucke. Ich möchte nach wie vor mein Ding machen und das ist eben halt dadurch möglich. Ich weiß, dass das jetzt nicht in irgendeiner Form groß da irgendwie da draußen jetzt Respekt erzeugt oder sowas und dass die meisten da nicht mal ein Problem hätten, wenn ich das machen würde. Aber ich würde ganz ehrlich absolut nichts, nahezu nichts dafür bekommen. Und selbst wenn ich ein bisschen was dafür bekommen würde, zu welchem Preis, wie gesagt, zu welchem Preis. Ich müsste mich doch eher dem YouTube-Algorithmus in einer gewissen Form anpassen. Und das möchte ich einfach nicht. Das möchte ich einfach nicht. Deswegen sage ich nach wie vor oder poche ich auf euch, dass der eine oder andere von euch einfach mal sagt, hey Mesomanga, ich gucke dich schon so lange, keine Ahnung, ich will mal Danke sagen. Hier über Kofi könnt ihr mich finanzieren, könnt ihr via PayPal mir was zukommen lassen. Dankeschön, Weihnachtsgeschenk, was auch immer in PayPal-Form. Und das ist die einzige Möglichkeit, mich in irgendeiner Form zu unterstützen. Und wenn ihr das tun wollt, wie gesagt, kein Zwang, aber das ist die einzige Möglichkeit. Denn ich werde auch weiterhin mit Mesomanga kein Geld verdienen. So. Lass uns dann mal loslegen. Das wollte ich einfach nochmal vorneweg sagen. Also vielen, vielen Dank. So, ich mache mich mal wieder groß. Vielen, vielen Dank, dass ihr das ermöglicht habt, sozusagen, diese E-Mail. Wie gesagt, ich werde dieses Angebot nicht annehmen. Aber es zeigt zumindestens, dass dieses Jahr doch der eine oder andere Abonnent mehr dazugekommen ist. Und vielleicht auch die einen oder anderen Leute mehr Mesomanga konsumiert haben dieses Jahr. Und das finde ich ziemlich stark. So, vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter, bevor das Video zu lang wird. Und das sollte ja eher ein kurzes Format werden. Also, let's go. Ero Diamant. Interpretation von grandios übersetzten Klappentexten. Und ihr seht es schon, Ero Diamant ist ein Format, wo es in erster Linie um Ero Manga, Anime, Videospiele und so weiter geht. Ist ja auch ein Thema in der Otaku-Kultur. Auch wenn es viele manchmal nicht ganz so geil finden. Das gehört trotzdem dazu. Und ich bin nach wie vor ein großer Freund davon. Und da habe ich mit euch so ein bisschen drüber philosophiert. Ich habe nämlich auf Amazon irgendwann mal so ein, ich weiß nicht, ob es Fake sind, ob das offiziell ist. Ich weiß es nicht. Es sind so Compilations von mehreren Hentais, die irgendwie übersetzt wurden in zig und drölft tausend Sprachen, wie ihr hier bereits seht. Das sind so Packages, die man bekommt, so Collections. Hot-Manga.com. Keine Ahnung, ob das legitim alles ist. Aber auf jeden Fall, ich habe mir das nie gekauft, weil ich allein schon gesehen habe, wie die deutsche Übersetzung hinten auf der Verpackung drauf ist. Denn da gab es eben halt unterschiedliche Sprachen und da hat man unter anderem diese deutschen Übersetzungen gesehen von dem Inhalt, von dem Plot der einzelnen Ero-Anime. Und oh boy, das war seltsam. Und das habe ich für knapp eine halbe Stunde lang euch mal vorgelesen und mich darüber lustig gemacht. Und das war sehr amüsant für mich persönlich, für euch hoffentlich auch. Falls ihr das mal Bock habt, könnt ihr das eben halt nachholen, alles in der Videobeschreibung zu finden heute. So, dann habe ich mein erstes Otaku-Gewäsch reingepackt. Eine Sache, die mir dann persönlich aber noch heute wirklich gegen den Strich geht und mich nervt, ist dieser dämliche Krieg zwischen den jungen Konsumenten und den alten Konsumenten. Die, die nur Retro-Klassiker lieben und die, die nur den neuen Stuff lieben. Und sich gegenseitig quasi anblöken, weil damals war alles besser. Nein, heute ist alles besser. Und diese Thematik habe ich mal ein bisschen aufgedröselt im allerersten Otaku-Gewäsch, weil es mich einfach genervt hat, das überall zu sehen. Leute, die zu sehr in der Retro-Nostalgie hängen und alles verfluchen, was neu rauskommt, sind genauso schlimm wie die, die nur neue Stuff gucken oder konsumieren und alten Stuff automatisch hassen. Das sind so vorurteilbehaftete, bescheuerte Argumentationen, die sich da gegenseitig um die Ohren geworfen werden. Es ist furchtbar mit anzugucken und anstatt, dass eine Einigkeit herrscht, herrscht so ein komplettes Gegenteil. Weil irgendwie muss man scheinbar heutzutage immer auf irgendeine Seite stehen, weil anders geht es scheinbar nicht mehr. Und ich finde das furchtbar und unfassbar belanglos auch in einer gewissen Form. Ich habe zumindest knapp zehn Minuten darüber philosophiert und das war mein erstes Otaku-Gewäsch-Video. Da klinge ich noch sehr jung, das war ungefähr vor sechs Jahren. Schaut mal rein, falls euch das Thema interessiert. So, dann das Higan-Banano-Saku-Iro-Ni-Gelabert, die erste Nacht. Denn ich habe vor, vielleicht, vielleicht, ich will es nicht versprechen, aber in meinem Urlaub will ich eventuell, der ist ja ein bisschen länger, der geht bis gegen Ende Januar. Ich habe mal richtig fett Urlaub genommen und da will ich vielleicht, ja, hoffentlich habe ich Bock dazu, weil eigentlich jetzt habe ich Bock, aber ich weiß nicht, ob ich im Januar dann immer noch Bock habe. Mal schauen. Ich will auf jeden Fall versuchen, die zweite Nacht, also den zweiten Teil von dieser Visual Novel von Ryokishi zu konsumieren. Der gleiche Typ, der eben halt auch Higurashi no Nakukoroni oder Uminiko no Nakukoroni gemacht hat, was man irgendwie am Namen auch ein bisschen erahnen kann. Und ich fand die erste Nacht schon ziemlich geil und ich freue mich, ehrlich gesagt, zierisch auf die zweite Nacht. Aber ich habe enorm lange Pause jetzt dazwischen gehabt, um genau zu sein. Drei Jahre. Figuritas Tsunami Graphics 3D, PVC-Figuren-Sonderband, vor circa sieben Jahren, das ist schon ein etwas älteres Video, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil die Auflösung immer blöd ist, weil ich mit der Kamera rumhantiere. Ja, wird jetzt auch nicht wirklich besser. Oh, hier sieht es mal halbwegs gut aus. Auf jeden Fall habe ich ein Büchlein mir zur Brust geschnappt damals und habe ein bisschen reingelesen. Also es ist quasi Artlook, aber ich habe es eher in Figuritas gepackt, weil es eher überwiegend über PVC-Figuren handelt. Und dann habe ich mir einfach mal PVC-Figuren angeguckt mit euch und zwar von damals, 2004, 2006, irgendwie sowas. Und das ist einfach mal so eine Sammlung, wo man so drin sieht, oh, diese Figuren gab es vor einem Jahr oder vor ein paar Jahren eben halt. Das ist die teuerste Figur momentan auf dem Markt. Das sind Vorbestellerfiguren, die wird es noch irgendwann in den nächsten Jahren geben und so weiter und so fort. Wer dann eben halt auch noch so ältere Figuren mag, wer einfach so Bock hat, vielleicht so ein bisschen auf zu gucken, wie es so damals war, was die PVC-Figurenwelt so zu bieten hatte, der kann sich da gerne mal dieses Figuritas zu Gemüte führen. So, neulich hatte ich das Thema in der Manga-Kolle, das ich erwähnt habe, wie mich irgend so ein amerikanischer Spacko auf Twitter einfach mal gespoilert hat, was am Ende vom neuesten One-Piece-Film stattfindet. Ungefähr zwei Tage, nachdem es in Amerika released wurde, wo ich auch gedacht habe, danke dafür, Arschloch. Und dann ist mir wieder so in den Kopf gekommen, das ist nicht das erste Mal, dass ich mit One-Piece-Community, sag ich mal, schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern auch in meiner Monologie vor circa drei Jahren, zwei Jahren, Erfahrungsbericht Anime im Kino. Denn ich hatte keine gute Erfahrung mit One-Piece-Stampede, leider auch schon. Und ich war im Deutschen Kino und hatte das schlimmste Kinoerlebnis meines Lebens. Und darüber habe ich gesprochen. Falls euch das interessiert, ich weiß, dass es viele Leute da draußen auch gibt, die sagen, oh, ich habe immer tolle Erfahrungen in Kinos. Schön, ich nicht. Und darüber habe ich mal ein bisschen gesprochen und genau, könnt ihr euch dann auch mal anhören. Ist lustig, ist es aber auch sehr, man kann auch ein bisschen wütend werden beim Zuhören, weil das war schon, das war schon eine bodenlose Frechheit, was ich da erlebt habe. Mehr sage ich dazu nicht. So, dann habe ich in der Gourmet Week, die habe ich damals vor zwei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren, zwei Jahren, vor zwei Jahren gemacht. Die Gourmet Week ist super gefloppt bei euch, enorm gefloppt, hat fast keine Sau interessiert. Aber ich persönlich liebe das Thema Essen in Anime und Manga sehr oder auch in Videospielen. Vor allem, wenn es entweder eine Hauptthematik oder zumindest eine große Thematik oder einen großen Teil davon einnimmt. Und Hunter x Hunter hat eine sogenannte, ja, Prüfung zu Beginn, die allererste. Und eine dieser Prüfungen hatte etwas mit sogenannten Gourmet Hunter zu tun. Und wie der Name schon sagt, hat es viel mit Essen zu tun oder Teil zum Essen eben halt und Jagen zu tun. Und darüber habe ich einfach mal so ein bisschen philosophiert, weil diese Gourmet Hunter Part in Hunter x Hunter damals, mich als Kind, sage ich mal, wo ich die Bansai noch gelesen habe, irgendwie beeindruckt hat. Ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich für viele nicht so im Gedächtnis geblieben sein. Aber für mich war das was Besonderes und ich habe einfach mal den Manga, den alten Anime sowie den 2011er Anime mir zur Brust genommen und diese Parts quasi rausgepickt und einfach mal drüber gesprochen, wie diese Gourmet Hunter Geschichte denn so abgelaufen ist und was es für mich an Bedeutung hat und und so weiter. Es ist ein bisschen ein verquertes Video, das weiß ich, dass es nicht jedem zusagt, aber schaut mal rein, würde mich freuen. So, was ich witzigerweise hier habe, liegt direkt neben mir, das Artlook, also das ins Artbook geschauere von Digimon Digital Monster Museum. Ein Mini Artbook, das alte Artstyles von Digimon eben halt hat. Und ich liebe den Artstyle von Digimon, weil er einfach so komplettes Gegenbeispiel zu Pokémon ist. Pokémon ist versucht immer sehr niedlich zu sein, sehr, sehr knuffig und so und Digimon war immer sehr, ja, verrissen, ja, grotesk und so weiter und ich liebe diese Designs heute noch. Und ich habe mit euch gemeinsam da mal reingeguckt, mehr so Manga-Leute an sich haben eher jetzt nicht so gefeiert, muss ich sagen, aber im Ausland kam das Video enorm gut an, was ich weiß, weil ich einige private Nachrichten und Fragen und so von Leuten bekommen habe, die nur Englisch oder Brasilianisch konnten. Oder irgend so eine andere Sprache auf jeden Fall. Und ja, trotzdem oder genau deshalb will ich vielleicht einfach nochmal sagen, hey Leute, dieses Video, dieses Artlook existiert weiterhin und wenn ihr mal Bock habt auf so schöne alte Digimon Designs, einfach mal zu sehen, was dieses Artbook so alles drauf hat, dann schaut bitte mal rein, unten in der Videobeschreibung. So, dann einfach eine persönliche Empfehlung, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich gut gelungen ist oder ob das spannend war beim Zuhören oder sowas, aber ein Netflix-Anime, der leider bis auf Frankreich scheinbar irgendwie sonst nirgendwo auf Blu-Ray und DVD und so rauskommt, weil sie es irgendwie einfach Netflix-only handhaben wollen oder keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aus welchen Gründen. Sonst hätte ich das Ding schon längst in meiner Sammlung, denn ich war sehr fasziniert, weil ich habe einfach damals gedacht, weißt du was, ich klicke einfach mal rein, ich gucke einfach mal ein bisschen Ico-Incarnation, das sieht ganz nett aus. Und, ähm, das hat mich persönlich sehr begeistert, es ist kein perfekter Anime, mein, mein Gott, heute, heute habe ich es ein bisschen mit der, mit dieser Spuckerei, was ist denn heute los? Los! Mann, mein, mein, mein. Ich rotze hier einfach ins Mikrofon. Furchtbar. Ähm, es ist kein perfekter Anime, aber genau das macht es für mich so interessant, weil dadurch, dass es eben halt nicht perfekt ist, ist es für mich einfach unterhaltsamer. Ich mag so perfekten Kram meistens nicht, ich bin eher der Freund von Anime, Manga und Co. mit Fehlern. Die machen es irgendwie charmanter und interessanter für mich persönlich, ähm, aber kann ja jede Hand haben, wie er will. Kam jetzt auch nicht bei jedem gut an, der Anime, so wie es meistens der Fall ist, ist es jetzt auch kein Hype-Anime für viele, aber für mich war das einer der Highlights in diesem Jahr, wo ich es angeguckt habe. Und zwar vor drei Jahren? Zwei Jahren wieder mal. Vor zwei Jahren war das für mich ein absolutes Highlight und ich musste darüber reden und habe keine Anime-Review zu Ico Incarnation gemacht. Und, äh, falls euch das interessiert, oder ihr noch irgendwie das Gefühl habt, ja, ich habe den mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob der was für mich ist, hört mir doch einfach mal zu und vielleicht ist es doch was für euch. So, und zu guter Letzt, last but not least, ihr seht es schon, angeblättert spezial, Baden mit Hinako, nee, mit mir, mit mir, nicht mit Hinako, mit mir, und zwar Therma-Roma oder Thermae-Romae und Isekai-Onzen. Ihr seht hier der Isekai-Onzen, das ist, ähm, ich habe über einen Isekai-Onzen gesprochen, ein Typ, der zu einem Onzen wird, in der Isekai-World. Auf jeden Fall sehr fancy, wie es sie, aber das war nur ganz kurz, denn am meisten habe ich über Therma-Roma gesprochen, über einen Manga, der davon handelt, der, by the way, in Italien sehr beliebt ist, weil es unter anderem natürlich von, über Rom handelt, oder von Rom handelt. Und, ähm, ja, den Manga kann ich nur wärmstens empfehlen, falls ihr den noch nicht gelesen habt, der ist sehr unterhaltsam und sehr, sehr informativ. Und, ähm, darüber habe ich gesprochen, während ich in einem Bad war. Und habe das aufgenommen. War im Nachhinein nicht die beste Idee, weil ich glaube, Mikrofone mögen das nicht, wenn die Feuchtigkeit innerlich annehmen. Deswegen würde ich das vielleicht nicht nochmal machen. Deswegen ist das auch was Besonderes. Gut, theoretisch habe ich zwei Aufnahmen gemacht mit, mit Bad. Aber ich werde es nicht nochmal machen, sagen wir es mal so. Weiß auch nicht im Nachhinein, ob das so eine gute Idee war, aber hey. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wenn ihr mich im Bad hören wollt. Und, ähm, nackt hören wollt. Und, äh, während ich über Bäder und so ein Kram rede, weil, ähm, ich mag Bäder sehr, sehr. Ich liebe Baden, ich liebe Bäder, ich liebe Onsen, ich liebe das ganze Zeug einfach. Und, äh, darüber einen Manga oder einfach eine Thematik zu haben, äh, in Manga-Anime-Form fand ich schon ziemlich fantastisch. Und, äh, deswegen sei das mal so empfohlen. Und ich würde sagen, das war's soweit. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Äh, schaut auf jeden Fall rein. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind die ganzen Links nochmal drin. Auch, wie gesagt, nochmal, äh, Appell, falls ihr mich unterstützen wollt, finanzieren wollt, könnt ihr das in der Videobeschreibung tun. Oder unter Ko-fi, via PayPal, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bin euer René von der Mesa Manga. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ganzen Zeug und auch allen anderen Videos und Podcasts, die ihr dann noch angucken könnt. Wir hören uns, sehen uns in der nächsten Weekly Mesa Manga. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin und ich sage wieder einmal, ciao, bye-bye, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ich sage wieder einmal, bis zum nächsten Mal.